Einen wunderschönen guten Morgen, es ist der 15. Dezember und es wird ziemlich ziemlich knapp, wenn man jetzt noch eine US-Bestellung loswerden möchte, wie beispielsweise für diese Tombin-Tasche. Die gibt es leider nur in den USA, beziehungsweise man könnte auf eBay mal schauen, ob irgendwie Gebrauchtaschen angeboten werden, ob es Import-Export-Händler gibt. Am besten fliegt man selbst, wenn man die Tasche vielleicht noch bestellen möchte. Ich bin ziemlich begeistert, nimmt all mein elektronisches Equipment, was man so dabei haben möchte, auf. Ristretto heißt sie, ich habe sie dieses Jahr bestellt und bin immer noch nicht müde geworden, sie mit mir rumzutragen. Es gibt irgendwie Platz für Magazine, das MacBook Air passt auch rein, die ganzen Wi-Fi-Dongle-Geschichten, die Mobilfunktelefone, die Kabel, die man immer dabei haben muss. Der Kauf keinesfalls bereut. Ich würde mich sehr interessieren, was ihr so benutzt für Taschen, um iPad, iPhone, Laptop mit euch rumzutragen. Die Ristretto ist definitiv eine Empfehlung. Ich würde mich sehr interessieren, was ich kommen, also habe ich eine Ich würde mich sehr interessieren, dass ihr euch hier resulted in ihr